So, und heute lernen wir das Adoptieren. Das heißt, ein Hund bringt Sachen zurück. Na, bring, Maddy! Betsy hat leider keine Zeit, die muss Blätter fangen. Komm her, Maddy! Maddy! Ja, bring das Tier! Ja, komm hier! Ja, komm! Nö, Betsy hat keine Zeit. Du musst mir das bringen, Schatz! Ja, na, mir bringen! Gib mir mal das Tierchen. So, müssen wir weiter üben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Und hopp! Jetzt komm her! Komm her! Komm, Maddy! Hier ist lecker! Ja, so ist brav! Jetzt bringen wir das Tierchen! Nee, da hier! Hey, Maddy, komm, bring! Komm her! Bring mir das Tierchen! Komm her! Naja, war ja schon fast geschafft, ne? Und hopp! Komm, bring mir das Tier, na ihr! Komm! Wo ist mein Schatz? Wo ist mein Schatz? Ah, toll! Komm hier! Komm hier! Hey, 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 hey! So zählt das aber nicht! Lecker gibt es erst, wenn du mir das Tier gebracht hast! Wo ist das Tier schön? Hey! Lecker gibt es erst für das Tier! Die Betsy zeigt euch jetzt, wie das geht. Betsy, wo ist das Tier? Wo ist der Frosch? Aja, wo ist der Frosch? Wo ist der Frosch? Aja, wo ist der Frosch? Nee, 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 nee! Ich will alles rausholen! Aja, steh mal auf und wird verstanden! Aja, Aja, aussehen! Aja, du tust dir erst mal stärken, damit du da bringen kannst, ne? Aja, wo ist der Frosch? Aja, wo ist der Frosch? Da kam Meddi. Meddi, komm, bring mit das Tier! Komm da hier! Heeeh, Meppel! Bezzi, wo ist der Frosch? Na komm! Ah, du hast jetzt andere Sachen, du musst aufpassen, na gut. Dann tun wir morgen weiter üben. So, jetzt habt ihr alle gesehen, wie man adoptiert.